Nee. Alter. Okay, jetzt komm mal her. Ja? Das hat mich jetzt gerade wieder an eine Szene erinnert. Das Block wegbauen und ich fall rein. Verstehst? Weißt du, was ich meint? Wo? Ich sag ne alte Season. Achso, ja, das war ganz toll. Mach mal hier, äh, Wasser hin überall. Wettenwürfbrüffchen in Helsinki. Das war halt Griechisch. Genau. Allgriechisch auf deutsche Übersetzung mit Pangera. Mit Pangera? Pangera, genau. Alter, hast du Bayern gegen Manchester den gesehen? Nee. Netz? Nee. Oh mein Gott, Alter, das Spiel war so geil. Echt? Ja, man. Haben beide gut gespielt. Nein, Manchester war auch richtig schlecht. Ich mag's nicht, wenn beide... Ich find's geil, wenn's so ein spannendes Spiel ist und nicht so ein... Ja, Bayern gewinnt halt. Ja, das... Aber ohne Witz, ich dachte echt, dass Bayern, dass es diesmal für Bayern schwer wird. Oh, ich hab Gold gefunden! Aber weißt du, erstmal Ribéry in der 6. Minute, das ist 1-0. Wie ist denn ausgegangen? 3-1. Wie ich's gesagt hab, Junge. Oh! Vor allem Marlon aus meiner Klasse, ne? Der ist als Stuttgart-Fan und sagt so... Hey! Dann wird Bayern richtig zerfickt von Manchester! Das sind eh die geilsten, so was. Sorry. Und dann? Das sind die... Jetzt ging's da weiter! Oh, sag mir doch das da euch weiter mit. Nö. Sowas sag ich dir doch nicht. Jetzt kommen wir gemäts hin. Ja, warte. Wir müssen weitere Wege finden. Soll ich mal ein bisschen Obsidian mitnehmen? Nein! Warum denn? Weiß ich nicht. Weil ich's kann! Weil ich's kann! Alter, das baut ja gar nicht schnell Obsidian ab. Ist doch toll. Okay, also dann... Wahnsinn. Wollen wir uns einfach irgendwo hingraben. Wir finden nicht. Alter! Junge! Junge! Mach mal hier ein Wassereimer hin. Drüben geht's glaub ich weiter. Mann, du bist doch ein Laffin. Da gehst du jetzt weiter. Da war's die andere Seite von dem... Nein! Doch! Wetten, da geht's weiter. Wetten, da geht's weiter. Jetzt, Alter! Da sind wir... Komm, hier mal. Hier hoch. Ja, hoch ist immer gut für Djammer. Ja, deine Mutter! Boah, das lohnt sich ja richtig. Rote Beete und Gold! Stern! Rote Beete! Ohne Witz, die sind echt rote Filz. Ich hab rote Beete verstanden. Was? Du bist doch so eine rote Beete, ey. Ja, bist du nett. Rote Beete, Alter. Ich dachte, was geht jetzt ab? Kommst du mal hier hoch? Warte, bleib mal da stehen! Warte mal! Ach, dankeschön. Das find ich ja nett. Find ich ja fast nett. Oh! Upsala! Armen, armen Items! Jetzt sitzt der ganz allein da unten. Ja, ist echt scheiße. Guck mal, hier ist doch voll viel Gold und so. Was glaubst du? Ja, überhaupt Gold! Ja! Haben wir nicht. Brauchen wir dringend. Ja. Aber guck mal, hier geht's schon wieder runter, ne? Oh, und rote Filze. Rote Beete. Rote Beete! Alter, wenn es das in Minecraft geben würde. Loll! Meine Aufnahme war... Ach, krass, die nimmst du ja auch. Vergesst. Ach, du bist doch so lappi. Ja, kann sein. Ach, Mann. Zum Glück hab ich ja nicht fast eineinhalb Stacks Eisen. Darf ich mehr wetten? Sag mal. Okay, ich sag an. Warte. Das war ja nicht knapp. Ach, toll. Da unten waren wir schon. Das find ich ja auch toll. Loll! Ich hab ein Stack Eisen weggeworfen irgendwann. Oh mein Gott. Äh. Danke, dass du mir sagst. Das hab ich doch grad irgendwie gesagt. Sagst du? Ja, wie ich. Das können alle Zuschauer bestätigen, die aus fünf Personen bestehen. Weil nur mit fünf Ohren hat man hören können, was Petrus damals meinte. Petrus. Dazu lachen. Nix. Das ist die Wahrheit. Petrus ist ein Arzt. Wo bist du dir langgegangen, bis wieder zurückgegangen? Da ist ne Ruhe. Und ein Spawner. Bist du in China? Ich bin ein Spawner. Das ist ein Zombie-Spawner. Du bist ein Spawner. Du bist ein Spawner. So, okay. Spawner. Schnell die Drohnen. Ach, das hat dir ja fast gelohnt, du. Ja, hier war Diamant drin. Echt jetzt? Ja. Wollen wir hier ein bisschen Level farmen? Ich hab ne Schallplatte gekriegt. Das ist ja toll. Pass auf, Zombie. Malzpulver, Kohle. Melonenkerne. Wir haben genügend zuhause, oder? Ja, ich hab auch einen halben Stack Melonenkerne. Kürbis kann ich auch. Brot, ey. Was willst du mit Brot? Pilz, Erde. Toll. So brauchen wir alles dringend. Ja. So. Kannst du mal Fackeln machen für uns beide. Mach doch dasselbe. Ich hab nicht mal Kohle. Ich hab nur diese Steigen. Ich hab keine Sticks. Ach, dann geb ich dir welche, ey, du Lappen. Aber nicht den Sticks. Wie ist denn denn weiter hoch? Was bringt denn das? Was weiter hoch? Es geht denn weiter hoch. Nee. So. Guck, ich lauf runter hin. Hallo, guten Morgen. Jetzt komm. Komm. Ich geb dir sogar ein Ding. Hier. Mach für uns beide Fackeln. Okay. So ein Lappi. Ja, aber ich hab nicht genug Kohle. Ach so. Ja, dann ist natürlich schade. Das ist doof, ne? Ja, das ist echt doof. 64. Und... Sam, ich werfe dir deine gleich auf den Boden und renne dann weg. Okay. Sollen wir gleich Levelfarm? Nein, nein, nein. Da, da, Sammy, hier, komm zurück. Da liegen deine Fakies. Wir fasst nicht wenige. Jetzt komm mal, geh mal zurück zum Sporn und tun bis in .. Das war gerade doppelte, äh, ironierte Sarkismus. Ja, wir wissen, wir sind nicht vielleicht sogar fast nicht wenig, das ist so. Das war doppelte Verneinung. Ich sag toll, jetzt komm, wo bist du. Ich bin direkt hinter dir du locken. Wo bist du.... Wo gehst du? noch zum Ding hin super wie sich das lohnt Alter ey lass mal hier blem Samy wir gehen jetzt zurück zu Spawn wenn wir den wiederfinden warte das Eisen komm, wo war der? wir haben noch kein Eisen Alter Samy, ich bin ja runtergefallen oh okay, jetzt nicht mal Tera wo bist du? ich bin da runtergefallen du siehst mich doch hier drüben ich weiß jetzt komm, wir wollen zurück zum Spawner ja hier ist doch Alter bist du dumm? bist du dumm? du siehst mich doch ja, ich seh dich komm einfach zu mir ja, bin bei dir ey wir wollen zum Spawner verstanden? meinst du, wir finden bestimmt kein Spawner die werden vorgespeichert wir cheaten ja, wir cheaten weil es uns auch speichert, ne? ja, wir cheaten wenn wir sterben machen wir einfach Tricksafe ja weil es auch geht weil es auch geht es geht genau so wo bist du? ich lauf hier durch die Minen toll super komm hier geht's runter ich find's so krass wie viel Schaden hier musst du ein Stück was geben Creeper machen, ne? nee, überhaupt nicht, ne? ich find's voll übel ich hab mir volle Eisenrüstung what the fuck, man? hey, hey, ich bin Wasser und verbreite mich Junge oh ich höre, dass du Wasser bist ja, ich bin Wasser ah da bist du ja, du machen wir mal auf scheiße verdammt verdammt ich hab mir nicht selber den Weg zugebracht na höhe 38 ist ja fast gut für dir manchen 37 was lauerst du eigentlich? du bist voll der Lügner 38, ich bin auf 38 ist dein ernst? ja jetzt bist du auf 39 ja ich bin auf 38 weißt du was? wir kramen uns einfach hier runter bin ich auch dafür im Ernst warte, ich muss hier noch Kohle fahren Kohle haben wir noch nicht ach so na, das ist ja fast schön wo bist du denn jetzt runter? ach da das ist ja toll also was war das jetzt? toll ey ja mach weiter ich grabe hier das Zeug ab was du findest klar du baust zu nein ich hab das Eisen abgeformt ja ja deine Mama auch guck doch mal da unten alter erst mal ganz kurz warte mal was war das denn? was war das jetzt? gehst du mir etwa fremd? ja mit ein B geh ich fremd wir sind auf Höhe alter guck mal auf die Höhe Junge ja sind wir schon lang ja wir sind jetzt zwölf kleiner Lappen hä ich bin hier auf zwölf was ladest du? hier auf zwölf nein ich bin hier auf zwölf wir machen beide kurz im Vlog nein hier ist elf ich bin jetzt auf elf ja hab ich doch gesagt du kleine Lappen ey man alter dein Kopf hing grad nach hinten sag doch lass mich vor ich hab die effizienz spitze ne 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 gar nicht schnell ne eigentlich kaum einfach im sneaken komplett durch tut 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 t t t t t o ups basiert 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 aber auf spezifisch warte ich kann warte stopp 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 ja ich grad wir komm uns jetzt nach hier nach hier warum? weil ich kann's auf der Minimus sehen wo Höhlen sind Was bist du denn wünscht? Alter, wie viel Lava da ist. Echt? Hier rum. Ja, du grabst. Oh, da war lang. Kommt da irgendwo Lava? Nein, da kommt eine Schluck. Hast du eine Schaufel? Ja. Werf mir die mal zu. Ich hatte extra die kaputte geworfen, damit ich die neue benutzen kann. Das ist toll, danke. Das ist echt toll. Mach du mal hier. Diamant.